Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist VFX und ich begrüße euch zu diesem SOT zwischen Alex und Xavi. Dann gehts jetzt direkt los, erstes Spiel. Der ist aber nicht drin. Jetzt kommt Alex und er saft ihn fast. Savet ihn. Gabi checkt das nicht, dass Alex ihm im Feld ist. Gabi! Ah, knapp. Und der ist das erste Tor von Alex. Nice! Schön gemacht von Alex. Und der setzt zum Air Dribble auf. Der schafft es nicht. Das war schlecht. Was war das? Keine Ahnung. Jetzt kommt Gabi mit dem Konter. Und der schafft es nicht. Und jetzt... Oh Junge. Das ist so laut. Was? Er ist halt komplett konzentriert. Was? Oh. Junge, ich krieg das Abspringen halt nie hin. Junge, was ist los? Okay. Konzentriert. Okay. Konzentriert. Was? Das ist so laut. Junge, was ist denn denn los? Wie auf einmal anfängt zu schreien und er redet halt nie. Gabi. Was ist denn? Auf, na. Ja, du kannst doch Beep da hintersetzen. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich das Beep hinsetzen muss. Ja, Gabi, du hast geschissen. Und der Konter von Alex, der macht ihn nicht rein. Junge, hör doch auf. Das wird so viel Arbeit mit dem Beep, Juli. Ist doch lustig, dann... Das ganze Video, die ganze Zeit, Beep, Beep. Du kannst... Mann, wenn Alex das fünfte Tor oder so dritte Tor hat, vierste Tor hat, dann kannst du so lange Beep machen. Die ganze Zeit. Ich leg das schon noch hin mit dem Airdribble. Nein. Alter Junge. Ja. Wir haben technische Störungen. Bitte warten Sie. Okay. Wir haben technische Störungen. Bitte warten Sie. Okay. Was zur Hölle, Alter? Du hässliche Kackkuh. What the fuck? Das ist nur sein Problem. Oh, Alex. Der ist nicht drin. Der auch nicht. Ein schöner Versuch. Das wäre eine Parade. Was? Du kannst nicht, gell, du Locken. Ja, du probierst es ja nicht mal. Das wird wirklich nicht. Was? Oh, Baby. Was? Ich glaube, der kriegt den Kaspers oder so. Junge, what the fuck? Geil. Geil. Nein. Knapp. Ne, das ist ein Tor. Warte auf. Das war dumm. Das war knapp, Alter. war der posten oder was war der am posten der war knapp also auf jeden fall sehr knapp da kommt noch vielleicht sogar noch drei spiele das ist ja nur du sie nicht hast ja bestimmt auf deine playstation oder auch white sombers haben nein was wenn es war nice to save alex danke da war kein save aber ja aber ich weiß schon was macht schön geblokt falsch das war das war doch mal alex der ist drin oh was für ein fake schauen wie er auf dem rücken ging das war ein schönes tor und jetzt so puh nice auch k 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 m k k k Was? Oh, ich kann mir einfach keinen Bus nehmen, ich die Kackenwurst. Junge, hör bitte auf. Ja, das ist richtig gemacht! Knapp, aber ist nicht drin. Junge, hör auf. Zu viel Arbeit für mich. Ich bin selber schuld. Junge, scheiße. Junge. Das ist so hart witzig. Ich hatte mich immer aufregen. Das ist so hart witzig. Ja! Verkackt, du Mist! Mein Teller ist gleich wunderschön. Bitte wunderschön. Nein! Alter! Ich bin selber, ich bin selber. Ich bin selber... ...sie wunderschön. Ich bin selber mit... ...zaubert und ruhig... Oho! So Leute, das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder eine Bewerbung da, ich würd mich echt freuen. Danke fürs Zuschauen Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, wir sehen uns, bye bye, leckt mich. Stop fucking lying. Ha, gott he.